Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Freaky Finance Podcast. Heute präsentiert dir Vincent einen Rückblick auf das Jahr 2021 und passend dazu einen Ausblick auf das Jahr 2022. Diese Folge ist eigentlich ein YouTube-Video und du findest den Link dazu in den Shownotes. Vincent und ich wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen bei meinem Rückblick auf das Jahr 2021 und dem Zielecheck, was ich in dem Jahr erreicht habe. Und andererseits erkläre ich in diesem Video auch, was ich in diesem Jahr 2022 erreichen möchte. Im Wesentlichen geht es um die Themen meiner persönlichen Finanzen und der Blogentwicklung. Der Hinweis, wie immer an dieser Stelle, der Artikel hier im Blog, der hier auch eingeblendet ist, ist natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Und zunächst gehe ich in den Blogartikel auch auf meine Reisen ein, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Und wo ich außerhalb meiner eigenen Kanäle in Erscheinung getreten bin. Diverse Interviews und Gastartikel sind hier nachzuvollziehen. Dafür aber bitte in den Blogartikel selber gehen. Ich starte jetzt hier in dieses Video mit den Themen, die Ziele für den Blog. Und hier hatte ich zum einen das Schlagwort Themenfokus. Ich habe ja gestartet als Blogger natürlich schon immer mit dem Fokus auf Finanzen, aber auch Laufen und Reisen haben eine Rolle gespielt. Dann natürlich meine diversen Finanzanlagen, meine ganzen Assets hoch und runter, haben irgendwie alle schon mal eine Rolle gespielt hier im Blog. Und ich habe mir vorgenommen, in 2021 den Fokus noch mehr auf den Themen Optionshandel, Aktien und Dividenden zu packen. Weil das so die Themen sind, mit denen ich mich inzwischen am meisten beschäftige und auch die Themen hier von den Lesern und auch den Zuschauern hier auf YouTube und so weiter am meisten gefordert sind. Also das sind die Sachen, wo ich mir jetzt da Leserschaft und Zuschauerschaft aufgebaut haben, die sich am meisten für diese Themen interessieren. Und da kann ich berichten, dass das ganz gut geklappt hat. Ich schreibe ja gar keine Lauf- und Reiseartikel mehr in dem Sinne. Und ja, allgemein die ganze Artikelausrichtung ist in dem Bereich gelandet, wo es hin sollte. Somit habe ich das Ziel erreicht. Und da das jetzt auch relativ klar ist und auch so von mir fortgeführt wird, brauche ich hier kein neues Ziel für dieses Jahr kommunizieren oder definieren. Dann ging es um die Veröffentlichungsfrequenz meiner Artikel hier im Blog. Das war halt immer so, dass ich sehr, sehr aktiv geschrieben habe in den Anfangsjahren und dass das aber auch sehr, sehr viel Zeit natürlich gefressen hat. Und da habe ich mich jetzt ganz langsam über die Jahre hin entwickelt, dass ich jetzt aktuell so einen Artikel in der Woche schreibe. Da wollte ich auch hin. Das war das Ziel 2021, maximal vier, gerne eher drei Blogartikel pro Monat zu schreiben. Ja, und wie gesagt, aktuell ist es eigentlich ziemlich fix. Ein Artikel pro Woche und das weitere Ziel war, ein bis zwei Podcast-Folgen im Monat und ebenso viele Videos zu produzieren und zu veröffentlichen. Mit den Podcast-Folgen hat das auch ziemlich genau hingehauen. Es gab im letzten Jahr 26 Podcast-Folgen, also ziemlich genau die angepeilten zwei pro Monat. Allerdings gab es 85 YouTube-Videos über das ganze Jahr verteilt und das sind ziemlich genau sieben pro Monat. Es ist ein bisschen mehr als geplant. Aber wenn man auf YouTube wachsen will, dann muss man auch ein bisschen was bringen. Ich habe sogar auch ein kleines Sommerloch, sag ich mal, gehabt, wo ich nicht so viele Videos gemacht habe. Das hat man dann auch direkt gleich gemerkt und also an den Anzahl der Abos und so weiter, was dann natürlich nicht mehr weitergewachsen ist. Von daher denke ich mal, dass ich definitiv auch weiterhin mehr Videos als Podcast-Folgen zum Beispiel machen muss. Und das Ziel für dieses Jahr ist hier, dass ich mir auch keine neuen setzen muss, weil sich das so, wie sich das jetzt hier eingespielt hat, einfach erstmal weiterlaufen lassen will. Ich glaube, der Mix ist so ganz gut mit einem Artikel pro Woche, ein bis zwei Podcast-Folgen im Monat und einiges an Videos, was da so rauskommt. Dann die Besucherzahlen. Das ist ja ein schwieriges Thema, seitdem es hier diese Datenschutz-Politik gibt und so weiter, die verschärft wurde. Da kann ich schon eine ganze Weile, das hatte ich auch schon mal im letzten Jahresabschlussartikel und an diversen anderen Stellen berichtet, dass ich keinen klaren Blick mehr darauf habe, wie viele Blogbesucher ich real habe. Ich kann das im Verhältnis messen, ob es mehr oder weniger wird. Also seitdem da diese Änderung der Regelung kam. Aber das bringt mir alles nichts. Ich gucke da kaum noch hin. Von daher messe ich das auch nicht mehr groß. Bei YouTube wollte ich allerdings mindestens 5000 Abonnenten erreichen. Und mit etwa 4700 bin ich da ein bisschen unter diesem Ziel geblieben. Hat vielleicht auch mit dem angesprochenen Sommerloch auf YouTube zu tun, was ich eben persönlich auch hatte, indem ich da nicht so viele Videos produziert habe im Sommer eine Zeit lang. Dann weise ich hier die meist gelesenen Artikel auf Wikifinance im letzten Jahr auf. Die könnt ihr hier auch gerne im Blogartikel dann nochmal anklicken und durchlesen, wenn euch die interessieren. Und dann kommen wir zu den Blog-Einnahmen. Hier wollte ich im Jahr 2021 mit dem Blog eben 20.000 Euro nach Kosten und vor Steuern verdienen. Die Einnahmen aus dem Stiller der Briefabos sollten weiterhin nicht berücksichtigt werden für die Öffentlichkeit. Und im Ergebnis sind hier tatsächlich über 54.000 Euro nach Kosten und vor Steuern bei rausgekommen. Und das ist ja mehr als eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. Und damit habe ich das Ziel weit übertroffen. Bin natürlich sehr, sehr zufrieden damit. Wo kommt das Geld her? Also im Prinzip das typische Affiliate-Marketing. Es spielt natürlich eine Rolle. Also Empfehlungen geben und dafür auch Provisionen bekommen. Aber in der Hauptsache bin ich so stark gewachsen durch meinen Mitgliederbereich, die Freaky Finance Lounge und die Stillhalter Akademie. Das sind alles Sachen, die sind sehr, sehr gut angekommen. Während die Rendite-Schmiede am Anfang großen Anklang fand, als die Flash-Reports, die dann eben die Aktientransaktionen publik gemacht haben. Als sie noch kostenlos waren, gab es da einen sehr großen Rand drauf. Aber den Dienst kostenpflichtig zu nutzen, haben sich leider nicht so viele Leute entschieden, wie es nötig gewesen wäre, um den Dienst aufrecht zu erhalten. Und so habe ich mich jetzt entschieden, dass ich mit den nächsten Monaten, Mitte Februar, diesen Dienst dann einstellen werde und die Pforten der Rendite-Schmiede im Prinzip wieder schließen werde. Ja, es ist ein fantastisches Ergebnis, diese 54.000 Euro im letzten Jahr. Aber ich möchte auch auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, dass ich also in den ersten Jahren als Blogger immer weit unter Mindestlohn gearbeitet habe, wenn man das reell betrachtet und ausrechnet. Und ich habe immer gehofft, dass ich das eines Tages auszahlen würde, dass ich so in Vorleistung gegangen bin. Und das ist jetzt glücklicherweise eingetreten. Dazu habe ich auch schon mal einen Blogartikel geschrieben. Wer wegen des schnellen Geldes einen Blog startet, ist wahnsinnig. Also da sind die Herausforderungen dann, glaube ich, nochmal ganz gut beschrieben. Viele denken, ja, ich mache einen Blog und dann rollt der Rubel von alleine mehr oder weniger. Aber was das für eine Schweinearbeit ist, können sich die wenigsten vorstellen, die es nicht schon mal probiert haben. Da kommt auch in dem Zusammenhang öfter die Frage auf, wie man mit einem Blog überhaupt Geld verdient. Einige können sich das gar nicht so richtig vorstellen, wie das funktioniert. Und hier habe ich mal zusammen mit dem Christian von selbstschuld.com zwei Videos aufgenommen. Und zwar einmal, ob sich Bloggen überhaupt lohnt und wie man als Blogger Geld verdient. Und im zweiten Video dann also noch ein bisschen konkreter, welche Möglichkeiten man da nutzen kann, beziehungsweise welche Möglichkeiten wir da konkret nutzen, um eben Geld zu verdienen rund um den Blog. Ja, die beiden Videos entsprechend findest du hier auch auf YouTube, wenn dich das interessieren sollte, kannst du das gerne nachschauen. Ja, was habe ich mir da in dem Zusammenhang für 2022 vorgenommen? Wie gesagt, bin ich sehr, sehr dankbar, dass das nun alles so toll funktioniert. Nur ist mir auch klar, dass der Otto-Normalverbraucher da inzwischen schon fast nichts mehr mit anfangen kann, wenn ich hier fünfstellige Beträge im Monat veröffentliche als nebenbei verdient. Das ist nicht mehr greifbar. Das war ja für mich selbst auch bis vor einem Jahr überhaupt nicht vorstellbar, dass man solche Summen oder dass ich solche Summen hier mit Freaky Finance verdienen kann. Und von daher muss ich mir überlegen, ob und wie ich künftig diese Einnahmen aus dem Blog hier noch mit reporte in den Monatsabschlüssen, wo das ja regelmäßig drin vorkommt. Es hieß ja immer mein Nebenbei oder Nebenverdienst und so weiter. Ja, es ist neben dem Hauptjob, aber im Prinzip kehrt sich das Ganze ja jetzt um, dass dieses ganze Tun rund um Freaky Finance ist ja mehr oder weniger inzwischen mein Hauptjob. und mein Angestelltenverhältnis läuft in Teilzeit. Und ab Juli bin ich auch noch komplett für ein Jahr raus aus dem Angestelltenverhältnis und dann rückt Freaky Finance noch mehr in den Fokus. Somit werde ich kein konkretes Ziel für die Blog-Einnahmen öffentlich machen. Ich möchte aber die Einnahmen, die nicht direkt aus meinen Dienstleistungen, wie Stillhalterbrief und Stillhalterakademie und so weiter kommen, wenigstens stabil halten. Aber kein konkretes monetäres Ziel an der Stelle hier für die Öffentlichkeit. Ja, dann geht es weiter mit den finanziellen Zielen. Zu meinem Depot hatte ich mir 2021 vorgenommen, dass ich das weiter nach meinen Vorstellungen optimieren wollte. Einige Altlasten sollten weiter aussortiert werden und performance-mäßig die 2020 entstandene Lücke zum MSCI World, also im Vergleich zu meinen Einzelaktien, sollte wieder kleiner werden. Da hatte ich ja das große Problem im Corona-Crash, dass meine riesengroße Position an Airbus-Aktien natürlich stark gelitten hat. Und das hat meine Performance, also die Performance meiner Einzelaktien, weit hinter die eines ordinären MSCI World ETFs katapultiert. Und diese Lücke wollte ich wieder ein bisschen kleiner werden lassen. Das wird natürlich einige Jahre dauern. Aber wie ich da gleich dazu komme, hat das ja auch ein Stück weit funktioniert. Und außerdem wollte ich das Projekt Wohnung Nummer 9 starten und möglichst erfolgreich in die Spur bringen. Halbleiteraktien sollten aufgebaut werden in meinem Depot und die Dividendenstrategie weiterhin eine große Rolle spielen. Im Ergebnis war in meinem Depot einiges los und ich habe es auch geschafft, wieder einige aktive Fonds, die relativ teuer sind, im Unterhalt auszusortieren. Das habe ich ja über die Jahre angefangen. Ich bin halt schon sehr, sehr lange an der Börse. Früher gab es keine ETFs. Ich habe einiges mit aktiven Fonds abgedeckt. Die hatte ich teilweise jetzt oder habe immer noch welche und die baue ich aber nach und nach ab, weil es einfach heute nicht mehr zeitgemäß ist, dort diese hohen Gebühren zu bezahlen. Jedenfalls bin ich da nicht so bereit, wenn die Performance dann entsprechend nicht stimmt. Genau, die negative Performance-Lücke aus dem Corona-Crash zwischen meinen Einzelaktien und dem MSCI World konnte ich um die Hälfte verringern. Also schon mal ganz gut. Aber so ein Depot ist natürlich dann träge, wenn ich weiterhin diese Anzahl an Airbus-Aktien, die einfach ein Riesenbrocken in meinem Depot sind und dazu noch die sehr, sehr große 3M-Position. Ja, wenn die beiden Sachen nicht so richtig performen, also Airbus lief ganz gut, aber auch nicht, also aber auch immer noch schlechter als ein MSCI World und 3M hat sich im Grunde genommen über das Jahr kaum bewegt und dann kommt natürlich auch kein richtiger Dampf in den Part der Einzelaktien im Depot und das macht es natürlich schwer, hier so ein MSCI World, der natürlich auch ein fantastisches Jahr, letztes Jahr hatte, wieder einzuholen. Ja, also an der Stelle muss ich weiter arbeiten und ein Topic, was daraus hervorgeht, kommt ja dann auch gleich in den Zielen für dieses Jahr. Aber noch ganz kurz zu Ende, also das Projekt Wohnung Nummer 9 ist bis jetzt wirklich ein Riesenerfolg. Dazu habe ich aber, berichte ich auch jedes und jedem Monatsabschluss und die Halbleiteraktien habe ich ins Depot aufgenommen und die Dividendenstrategie nicht vernachlässigt. Somit bin ich hier auch ganz zufrieden mit meinem Erreichten und meinen Newsletter-Abonnenten der Finanzbombe, so heißt mein kostenloser Newsletter, die erfahren meine Depotbewegung jedes Mal als erstes und das gibt es dann jede Woche, jeden Freitag mit dem Newsletter, was ich die Woche gekauft oder verkauft habe und einmal im Monat kann man meine Käufe und Verkäufe auch in den Depot-Updates nachlesen. So, was ist also das Ziel für 2022 im Bereich Depot? Ich möchte mein Depot ein bisschen besser ausbalancieren. Ich habe es gerade schon gesagt, Airbus und 3M sind sehr, sehr große Positionen und die möchte ich ein bisschen abbauen und an anderer Stelle reinvestieren. Also diese Klumpen müssen wirklich ein bisschen abgeschmolzen werden, aber ich habe natürlich auch bestimmte Vorstellungen, zu welchen Kursen das passieren soll. Und jetzt haben wir auch noch eine Korrektur am Markt, bin ich nicht so sicher, wie schnell und zu welchen Kursen ich das umsetzen kann. Ich habe aber schon lange auf beide großen Positionen jeweils immer Covered Calls laufen, sodass ich da auch ständig Prämien kassiere auf den Bestand dieser Aktien. Ja, das ist natürlich wenigstens noch ein Vorteil. Wenn dann mal ein solcher Call ausgeübt werden würde, dann würden eben entsprechend pro Kontrakt auch 100 Aktien des jeweiligen Unternehmens das Depot verlassen und das Geld könnte anderweitig investiert werden. Bis jetzt ist es noch nicht passiert. Ich kassiere, wie gesagt, ständig dann diese Covered Call Prämien, aber eine Ausbuchung war bisher nicht dabei. Bin ich mal gespannt, ob das vielleicht jetzt 2021 dann entsprechend passiert. Ja, dann die Aktie mit der schlechtesten Kursentwicklung in 2021, die ich mindestens auch das Ganze im Depot hatte, war bei mir die Vonovia Aktie mit 18,84% Verlust. Die Wertentwicklung seit meinem Einstieg im November 2015 ist allerdings bei 42, über 42% positiv, also auch zu verkraften. Und mein Depot Highflyer in 2021 mit 156,09% ist Nvidia. Diese Aktie habe ich im Sparplan. Ja, leider dann eben entsprechend keine sehr große Position, obwohl ich am Anfang 500 Euro Sparraten auf die Aktie hatte, um da überhaupt mal einen nennenswerten Bestand aufzubauen. Aber trotzdem natürlich erfreulich, dass ein solches schönes Ergebnis dabei war. Ja, die Dividendeneinnahme im letzten Jahr, da hatte ich mir vorgenommen, dass ich in keinem der Monate im Jahr unter 500 Euro Dividenden kassiere und insgesamt sollten 18.000 Euro Bruttodividenden rauskommen. Bei mir ist dann im Ergebnis schon im Januar das erste Ziel verfehlt worden, denn der ist relativ schwach immer bei mir und dort habe ich die 500 Euro Hürde nicht geschafft im Januar. Insgesamt war es aber ein fantastisches Dividendenjahr. Ich habe über 18.800 Euro Dividenden kassiert im letzten Jahr und bin damit sehr, sehr zufrieden. Für das Jahr 2022 versuche ich es erneut mit dem 500 Euro Ziel pro Monat. Ja, es wird ja dann direkt gleich spannend, jetzt im laufenden Monat, ob das klappt. Und ansonsten aufs Gesamtjahr sollen mindestens 20.000 Euro Bruttodividende reinkommen. Ja, dann erzähle ich hier nochmal, wie ich zum Optionshandel gekommen bin und von meinem negativen Jahr 2020, was da so passiert ist und dass ich mich in 2021 mit 15.000 Euro Gewinn langsam zurückkämpfen wurde. Im Ergebnis sind es dann sogar dreimal so viel geworden. Das ist 46.831,19 Euro dabei rausgekommen bei meinem Optionshandel im Jahr 2021. Es war also fantastisch. Das Jahr lief natürlich an der Börse auch relativ dankbar, sodass ich dann hier sehr, sehr gut verdienen konnte. Und erst mit dem Beginn des Abverkaufs der Tech- und Wachstumsaktien um den Monatswechsel November, Dezember wurde es wieder schwieriger. Diese Korrektur hält an und nun muss ich zeigen, dass ich da besser durchkomme als durch Corona. Auch wenn mein Dezember-Ergebnis sehr, sehr stark negativ schon war und auch dieser laufende Januar schon wieder blutrot ist, sieht es in meinem Depot wesentlich besser aus als im März 2020. Damals konnte ich nämlich nur noch reihenweise Verluste realisieren, weil ich völlig überhebelt unterwegs war. Heute kann ich die Trades rollen und mir ausgewählte Aktien auch andienen lassen. Damit ist der Ausgang weiterhin offen und nicht wie damals direkt zementiert. Also dieses Jahr ist durchaus wieder spannend und mal schauen, was dabei rauskommt. Als Ziel habe ich mir überlegt, dass ich 30.000 Euro brutto aus dem Optionshandel erlösen möchte. Da hatten sich schon einige gewundert, als ich das auf Instagram veröffentlicht hatte. Warum denn nur so wenig in Anführungsstrichen? Und das hängt aber damit zusammen, dass ich nach einer sehr intensiven Zeit hier, was den Optionshandel angeht, meinen Handelsstil etwas umstellen möchte. Durch Corona hatte ich eben was aufzuholen und als ich gemerkt habe, dass es im letzten Jahr gut und vergleichsweise einfach, in Anführungsstrichen, war, hohe Gewinne einzufahren, habe ich auch ordentlich Gas gegeben, um hier möglichst viel wieder reinzuholen, was ich in Corona liegen lassen habe. Das hat soweit ganz gut funktioniert. Und ja, irgendwann ist man dann auch ein bisschen müde und vor allem fehlt mir sehr, sehr viel Zeit, die ich jetzt beim Optionshandel ein bisschen abknapsen möchte. Denn auch, wenn das ja relativ einfach, in Anführungsstrichen, letztes Jahr lief, braucht der Handel natürlich trotzdem seine Aufmerksamkeit in so einem großen Depot, wo man dann eben auch sehr stark auf Gewinne aus ist. Und das möchte ich ein bisschen zurückschrauben. Natürlich möchte ich weiterhin Geld aus dem Optionshandel erlösen, aber mit einer bisschen entspannteren Handelsart. Und jetzt habe ich erst mal noch einige Positionen laufen, die ich wahrscheinlich noch relativ lange managen muss, dadurch, dass die jetzt stark unter Wasser gekommen sind im Laufe des Tech-Abverkaufs. Einige sind wahrscheinlich auch auf lange Sicht nicht wirklich zu retten. Aber diese ganzen Positionen muss ich jetzt begleiten. Und wenn das denn mal so einigermaßen abgehandelt ist, wie gesagt, werde ich auch noch mal hier darüber berichten, wie ich jetzt in Zukunft dann weiter handeln werde. Ja, und somit bleibt es dann auch bei meiner Ansage und meinem Ziel 30.000 Euro in 2022. Und da das Jahr ja nun definitiv auch mit herben Verlusten anfängt, muss ich ja schon umso mehr wieder reinholen. Und ja, wie gesagt, kann man alles gespannt weiter verfolgen in meinen Depot-Updates einmal im Monat hier im Blog und auch auf YouTube. Bei den Mieteinnahmen aus meinen Wohnungen wollte ich in 2021 etwa 20.000 Euro nach Kosten und vor Steuern erreichen, was eigentlich schon relativ wenig ist für den Immobilienbestand, den ich aufgebaut habe. Aber die Gründe und Hürden hatte ich schon ja im letzten Artikel hier beschrieben. Da gibt es ja einige Sachen, die nicht so nach Plan laufen. Und am Ende sind dann auch leider nur 17.200 Euro rausgekommen. Und einer der Gründe war dann noch mal, dass eine Wohnung komplett renoviert wurde, was relativ kostenintensiv war. Und das war auch nicht geplant für das Jahr. Ist jetzt aber gut, das Geld ist ja nicht weg. Das ist ja quasi in der Wohnung und hat die Wohnung aufgewertet. Das andere ist viel nerviger. Das ist ein Rechtsstreit, der jetzt schon länger andauert mit einem Mieter, der zwischendurch 70 Prozent nur noch bezahlt hat, der Miete. Und inzwischen gar keine Miete mehr überweist. Und da ist dann im März ein weiterer Gerichtstermin. Und ich bin gespannt, wie das ausgeht. Und dann hatte ich ja auch eine Wohnung verkauft. Das habe ich natürlich eingeplant in meinem Ziel für 2021, dass eine Wohnung weniger Geld verdient. Dafür hatte ich aber auch weniger Vermieterstress. Das ist inzwischen wirklich Gold wert. Und ich habe auch einen ausführlichen Artikel darüber geschrieben, über die ganze Zeit meiner Eigentümerschaft, dieser verkauften Wohnung und auch den Verkauf selber noch mal beschrieben. Ich habe auch geschrieben, was dabei rausgekommen ist und was ich eben dann schließlich auch mit dem Geld in der Wiederanlage angestellt habe. Ziel für 2022 für diesen Bereich Mieten aus meinen Wohnungen. Da hängt natürlich viel davon ab, wie der Rechtsstreit ausgeht. Und ja, eine weitere Renovierung ist nicht geplant und bleibt mir hoffentlich auch erspart. Die eben angesprochene frisch renovierte Wohnung hat leider aktuell einen Rohrbruch in einer Wand. Und naja, damit wird es eben nicht langweilig. Aber es besteht noch die berechtigte Hoffnung, dass es sich bei diesem Rohrbruch um einen Versicherungsschaden handelt. Naja, aber da ist man dann auch gleich wieder involviert in die ganze Geschichte. Und das ist das, was ich langfristig einfach nicht mehr möchte. Aber das ist ein anderes Thema. Ich peile erneut 20.000 Euro nach Kosten und vor Steuern an. Normalerweise sollte das dann, wenn keine große Renovierung da auf mich zukommt, auch funktionieren in diesem Jahr. Die P2P-Kredite sollten im Jahr 2021 wenigstens 3.500 Euro Zinsen vor Steuern generieren. Und ja, geworden sind es dann 3.419 Euro. Also nicht so weit weg von dem eigentlichen Ziel. Das passt so für mich. Und ja, zu diesen ganzen P2P-Krediten will ich auch gar nicht viele Worte verlieren. Mein Fokus liegt inzwischen woanders. Was ich dazu mitzuteilen habe, das schreibe ich jeden Monat in den Monatsabschluss. Da gibt es ja auch einen Punkt P2P-Kredite. Da schreibe ich auch immer, welche Plattform ich noch nutze, welche ich noch für empfehlenswert halte und was es da gerade so Neues gibt. Und ja, für das laufende Jahr. Ich werde weiter ausdünnen und entsparen. Also mein Geld aus verschiedenen P2P-Plattformen rausziehen und anderweitig anlegen. Es gibt aber auch Plattformen, denen ich treu bleibe. Dort, wo ich mich wohlfühle, lege ich weiter an. Mintos war ja lange meine absolute Lieblingsplattform. Aber Ende letzten Jahres habe ich mich dann dort auch entnervt entschieden, mein Geld nach und nach rauszuziehen. Also was dort an Kapital frei wird, die Rückflüsse, die ziehe ich dort ab. Und es gibt keine Neuinvestitionen von meiner Seite auf der Mintos-Plattform. Ja, für dieses Jahr möchte ich 3.000 Euro Zinsen vor Steuern noch mal dann wieder kassieren und bin gespannt, ob das soweit klappt. Hier ein kleiner Überblick an Plattformen, die ich nach wie vor auch sehr aktiv nutze und auch weiter nutzen werde und empfehlen kann. Wer da sich inspirieren lassen möchte, kann da auch in den Blogartikel klicken, die Links nutzen bei der einen oder anderen Plattform, gibt es dann auch ein kleines Goodie, einen Startbonus etc. Ja, Bondora Go & Go gehört dazu. Was es damit auf sich hat, ist hier auch beschrieben im Artikel. Ich gehe aber weiter zur Transporter-Vermietung. In dem Bereich wollte ich mindestens 5.000 Euro nach Kosten und vor Steuern erlösen. Wer es nicht weiß, ich habe zwei Transporter. Ja, da gibt es auch einen Artikel zu dem einen, wie ich zu dem gekommen bin, wie sich das in die Vermietung entwickelt hat und wie und warum da noch ein zweiter dazu kam. Jedenfalls sind die beiden guten Stücke, werden immer älter. Ja, die haben jetzt wirklich schon teilweise Macken, die nervig sind. Die Vermietung werden weniger. Die Unterhaltskosten werden höher durch Reparaturen und so weiter. Das lohnt sich fast schon gar nicht mehr. Naja, mein alter Transporter, den ich bereits in Frankreich gekauft hatte damals, der ist ja nun auch komplett mehrfach refinanziert und abgeschrieben durch die ganzen Vermietungen. Und der etwas jüngere, der wird sicherlich auch noch ein, zwei Jahre länger dann laufen. Mein alter Transporter wird vermutlich im Herbst dann kein TÜV mehr bekommen und ja, auf dem Schrottplatz landen. Und dann läuft eh nur noch einer. Also auch dieses, also dieses Transporter-Business ist für mich auch auslaufend, sag ich mal. Und kein wichtiges Einkommensstandbein mehr. Da kam ja früher auch deutlich mehr bei rum. Und jetzt läuft das einfach nur noch so nebenbei. deckt die Kosten, also die Unterhaltskosten der Fahrzeuge. Ich habe ja sonst auch keine anderen. Das heißt, es ist ganz angenehm, dass ich hier einen fahrbaren Untersatz habe, den ich selber nutzen kann und die Kosten mehr als gedeckt sind durch die Vermietung. Mehr ist es ja am Ende jetzt schon fast gar nicht mehr. Also Ziel ist hier nochmal 3.500 Euro nach Kosten und Vorsteuern aus den Transporter-Vermietungen zu generieren. So, dann kommen wir zum Gesamtvermögen. Mein Gesamtvermögen sollte in 2021 per Zielsetzung um mindestens 10% wachsen. Das hat auch fast in der doppelten Intensität geklappt. Es ist tatsächlich dann 19,64% größer geworden. Damit bin ich natürlich sehr, sehr zufrieden. In echten Zahlen heißt das, dass ich 300.000 Euro mehr nachher als Vermögen mein eigen nennen konnte. Und ja, das ist ganz ordentlich. Der eine oder andere schaut jetzt hier wieder vielleicht mit Neid oder Missgunst drauf und findet das nicht gerechtfertigt. Aber ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich mir das hart erarbeitet habe. Nicht nur in diesem einen Jahr, sondern die Grundlagen schon vor vielen, vielen Jahren gelegt habe und da immer sehr fleißig unterwegs war und auf vieles verzichtet habe, was andere so den ganzen Tag machen. Und das ist dann eben mein Lohn. Und das Einzige, was ich als Kritik gelten lasse, ist die Frage, wozu ich das eigentlich mache, weil ich es ja eh nicht ausgebe. Gut, jedenfalls war meine breite Diversifikation wie immer ein großer Pluspunkt. Also ich habe ja diverse Anlageklassen und auch Einnahmequellen und das funktioniert für mich weiterhin sehr, sehr gut und lässt mich ruhig schlafen. Und ja, so bleibt es dann auch. Und für 2022 möchte ich erneut, dass mein Vermögen wieder 10% Zuwachs hinlegt. Planen kann man das eh nicht. Hängt natürlich bei dem großen Depot sehr, sehr stark auch an der Entwicklung, Entwicklung an der Börse. Ja, damit bin ich dann auch schon beim Resümee des Artikels angelangt. In 2021 hatten wir zunächst die Hoffnung, dass wir Corona hinter uns lassen können. Das hat nicht geklappt. Wir hatten eine kleine Verschnaufpause im Sommer, aber der Herbst war dann doch wieder sehr, mit Herbst und Winter sogar, muss man sagen, sehr von Einschränkungen geprägt. Wir haben es leider immer noch nicht hinter uns. Ja, und es gibt ja wieder Mutmaßungen, dass es jetzt dieses Jahr endlich soweit sein könnte. Hoffen wir das Beste. Mich selber hat Corona bisher noch nicht erwischt. Das ist natürlich gut. Und finanziell bin ich auch gut durch das letzte Jahr gekommen. Erreicht und gelernt habe ich wieder eine Menge, wenn auch nicht alle Ziele erreicht wurden. Aber so ist das natürlich im Leben. Man setzt sich ja auch Ziele, die man jetzt nicht mal eben so überspringt, sondern es sollte auch ein bisschen ambitioniert und anspruchsvoll sein. Von daher bin ich froh und dankbar für das Erreichte. Und wenn Corona vorbei ist, kommt eh was Neues. Von daher bleibt es für alle von uns spannend. Und ich freue mich auf ein Jahr Auszeit vom Angestelltenjob. Das ist nämlich am 1.7. soweit. Und dann mache ich ein Jahr Pause vom Angestelltenjob und bin gespannt, was mir die Zeit an Erlebnissen bringt. Ja, vielen Dank, dass du wieder ganz bis zum Schluss drangeblieben bist. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer auch über eine Bewertung bei iTunes, denn das erhöht die Sichtbarkeit und wir können noch mehr Leute mit diesem Podcast erreichen. Für noch mehr Informationen rund um Freaky Finance, folge mir auch gerne auf Instagram unter atfreaky-finance. Ich danke dir fürs Zuhören und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.